Willkommen zu den Fragen der Menschheit. Wann kommt die Endzeit? Ich sitze wieder dem Pastor Karl Michael Piedl gegenüber und heute haben wir ein ganz, ganz spezielles Thema für euch. Es geht um die Endzeit, die Endzeitkrise, wird sehr auch oft von meinem gegenüber sitzenden Freund genannt. Und ja, wir wollen ein bisschen ergründen, in welcher Zeit befinden wir uns heute, in welcher Zeit haben sich die Leute in der Bibel befunden und wie sind diese ganzen Sachen auszulegen. Und es sind drei zentrale Fragen. Was ist die Endzeit? Wann ist die Endzeit? Und wen haben wir in der Endzeit zu erwarten? Beziehungsweise was haben wir zu erwarten? Und ich hoffe, wir gehen diesen Fragen heute auf den Grund, erläutern verschiedenste Themen um diese Thematik herum. Und da will ich gleich mal vorweg fragen, Karl Michael, was ist eigentlich die Endzeit? Beziehungsweise was ist die Eskatologie? Eskatologie, gleich so ein fancy word, was du raushaust heute. Weißt du, was Eskatologie heißt? Ich denke, es ist die Beschreibung der theologischen Wissenschaft hinter der Endzeit. Genau, es ist der theologische Begriff aus dem Griechischen, die Studie der letzten Tage, die Studie der letzten Zeit. Aber du nimmst mir heute schon alle Begriffe weg, Herst. Eskatologie, Endzeitkrise. Ich denke, wir stecken wirklich in eine Endzeitkrise, weil die Menschen seit Jesus haben alle mehr oder weniger in Erwartung gelebt, dass was immer das ist, was passieren wird, also das Kommen Christi und so weiter, dass das in ihrem Leben zu ihren Lebzeiten passieren würde. Das haben die mehr oder weniger alle geglaubt, über alle Generationen, alle Jahrhunderte der Kirchengeschichte. Und darum, ja das Wort Endzeitkrise habe ich gar nicht so lange in den Mund genommen, aber vor kurzer Zeit habe ich begonnen, das Wort zu nehmen. Und ich denke wirklich, dass wir in einer Endzeitkrise sind, weil wie will man erklären, dass wir jetzt 2023 haben und die meisten Christen, nicht alle, die meisten Christen, es gibt auch Christen, die glauben, dass die zweite Ankunft, der zweite Advent christlich schon passiert ist, darüber kann man mal gesondert reden, aber die meisten Christen glauben, auch ich glaube, dass das tatsächliche Wiederkommen Christi mit dem jüngsten Gericht und der Auferstehung, der physischen Auferstehung, neuer Himmel, neuer Erde natürlich, dass es noch in der Zukunft liegt. Aber wie will man erklären, dass Jesus noch nicht gekommen ist, wenn alle, selbst beim Coronavirus hat man es wieder gesehen, das muss es jetzt sein. Die Krone. Die Krone, jetzt muss es das sein. Und jetzt war es natürlich wieder nicht und ich habe für mich großen Frieden im Herzen, weil ich die Antworten kenne, für mich die Antworten kenne, was da dahinter steckt und warum und dass viele Dinge bereits passiert sind, die die Endzeit betreffen. Zum Beispiel vieles, das meiste, nahezu alles, was Matthäus 24 betrifft, also was Jesus in Matthäus 24, Parallelstelle Lukas 21, Parallelstelle Markus 13, was da in diesen Kapiteln gesagt wird, wo die Jünger ihn fragen, wann ist das Ende der Welt oder des Zeitalters eigentlich? Wann wird das passieren? Und Jesus hat ganz spezifisch gesagt, im Blick auf den Tempel, sie saßen am Ölberg, haben geredet, das war ja seine Ölberg-Rede, sagt man dazu, die Ölberg-Rede, da haben sie natürlich hinüber geblickt, wir waren ja schon dort am Ölberg, du weißt, man sieht direkt rüber zum Tempel und da sind sie gesessen, man muss sich das bildlich vorstellen und die Jünger fragen ihn, wann ist das Ende der Zeit, wann ist dein Kommen und dann sagt Jesus, dieser Tempel, kein Stein oder der anderen bleiben. Aber wie erklärt man, wie erklärt ein Dispensationalist zum Beispiel? Was wäre ein Dispensationalist? Die glauben, dass alles in der Zukunft liegt, mehr oder weniger, das Kommen Jesu, die Entrückung, das Gericht, dass alles, was in Matthäus 24 steht, was in der Offenbarung steht, in der Apokalypse, in der Offenbarung des Johannes, wo er die Offenbarung Jesu Christi hat, von Johannes geschrieben, die Dispensationalisten glauben, dass das alles in der Zukunft liegt, dass es sozusagen zu irgendeinem Zeitpunkt einen x-beliebigen Moment, der könnte heute noch sein, der könnte nächste Woche sein, der könnte in zehn Jahren sein, dass es eine Entrückung gibt, dass die Christen plötzlich weg sind und zwar für sieben Jahre. Da hast du ja letztens erst eine Lektion dazu gemacht. Genau, die Entrückung. Und in diesen sieben Jahren gibt es die Trübsalszeit, also wo nur mehr eben Menschen da sind, die Jesus Christus nicht vertraut haben. Und dann nach den sieben Jahren kommen wir wieder mit Jesus. Also Jesus kommt dann erst wieder. Es gibt also quasi die Entrückung, ist eine Art Wiederkunft. Und dann sieben Jahre später gibt es die echte Wiederkunft. Und dann eben das tausendjährige Reich und so weiter. Also wirkliche tausend Jahre, also wirklich, also tausend Jahre, so sehen Sie das. Das ist alles wörtlich. Alles wörtlich, alles in einem Zeit, da gibt es sogar Charts, da gibt es alles Mögliche, was man sich da anschauen kann. Von Datum, wo Christus gestorben ist, auferstanden ist, dann Kirchenzeitalter, dann ist alles, die Ziffern, die Zahlen sind alle wörtlich genommen. Und die warten dann auf eine Entrückung. Und dann eben die sieben Jahre Trübsalszeit und dann die Wiederkunft und dann das tausendjährige Reich. Das ist das typische dispensationalistische Denken. Und in das würdest du dich jetzt nicht einordnen? Nein, nein. Ich kenne es aber sehr gut, weil ich da auch sehr stark verkehrt bin über Jahrzehnte. Aber nach reiflichem Bibelstudium und reiflichem Kirchengeschichtestudium bin ich zu der Erkenntnis gekommen und da bin ich bei weitem nicht alleine. Da gibt es phänomenale Theologen, die das genauso sehen. Und eines der Hauptdinge, die das Problem sind, ist, dass die meisten Christen, und ich weiß, ich rede schon wieder über die meisten Christen, da werde ich meistens, wenn ich über die meisten Christen rede, werde ich meistens ein bisschen angeklagt, aber das ist okay. Es ist aber Faktum, dass die meisten Christen nicht wissen, was 70 nach Christus passiert ist. Nämlich die Zerstörung des Tempels, so wie Jesus es vorhin gesagt hat. Genau eins zu eins, wie es in Matthäus 24 steht. Und die Zerstörung Jerusalem. Das war der erste große Holocaust. Da sind über eine Million Juden ums Leben gekommen. Vergleichbar zu den sechs Millionen von Hitler ist es vergleichsweise sogar mehr und größeres Ausmaß. Nicht um das klein zu reden, um Himmels Willen. Aber im relativen Anteil von... Und die meisten Christen wissen nicht, dass da 1,2, 1,3 Millionen von Juden im Jahr 70 nach Christus von den Römern, vom Römischen Reich ausradiert worden sind. Und wenn man Matthäus 24 durchgeht, dann... Und Jesus sagt mehrmals, diese Generation wird das noch erleben. Oder mit anderen Worten sagt er, einige von dieser Generation werden noch am Leben sein, wenn das passiert. Und jetzt müssen wir natürlich... Jetzt gibt es natürlich verschiedene Auslegungen, auch die Dispensationalisten. Das Wort Generation bedeutet den Menschenschlag im Allgemeinen. Aber wir wissen, aus der hebräischen, jüdischen Kultur und Tradition eine Generation war immer 40 Jahre. Und wenn Jesus 30 auferstanden ist und 40 Jahre später, ich kriege eine Gänsehaut, sieht man... Und das ist eines der bestbelegtesten geschichtlichen Ereignisse überhaupt, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Und dass es beinahe geradezu exakt 40 Jahre später ist, zeigt uns sehr viel. Erstens ist das eingetroffen, was Jesus gesagt hat, genau bis zum Buchstaben, was mit dem Tempel passiert ist. Das jüdische Zeitalter kam zum Ende. Das jüdische Zeitalter. Und das heidnische Zeitalter hat begonnen. Weil bis dorthin war das Christentum da. Der Hebräerbrief wurde geschrieben, um dem zu kontern, weil manche Christen wieder zu den jüdischen Opfern zurückgekehrt sind, die Jesus obsolet gemacht hat, durch seinen Opfertod am Kreuz. Und erst mit der Zerstörung des Tempels und Jerusalems, 70 nach Christus, war das jüdische Zeitalter vorbei. Und das ist präzise genau das, was Jesus in Matthäus 24 oder Markus 13 oder Lukas 21 vorausgesagt hat. Ich wusste von 70 nach Christus, selbst als Pastor von 10, 15, 20 Jahren, noch nicht wirklich viel. Ich habe zwar gewusst, dass es das gab, aber wenn man die Ausmaße liest von dem, was da passiert ist, dann ist das gewaltig. Bevor du da jetzt weiterredest, möchte ich eines betonen. Ich weiß, ich klinge ein bisschen leidenschaftlich, weil es für mich so eine gewaltige Erkenntnis ist. Aber ich will nicht dogmatisch sein. Gerade beim Endzeitthema ist es wichtig, dass wir Christen nicht dogmatisch sind. Das heißt, da gibt es unterschiedlichste Blickweisen, Perspektiven, Ansichten über dieses Thema. Ich habe schon mehrmals gewechselt. Ich bin jetzt angekommen auf einem sehr für mich stimmigen und mittigen Punkt in meiner Endzeit, Endzeitglauben und so weiter. Aber wir wollen trotzdem nicht dogmatisch sein, denn das ist nicht das, was uns weiterbringt als Christen. Als Christen bringt uns weiter, wenn wir die Einheit in Jesus haben. Endzeit ist aus anderen Themen wichtig, weil es eine gewisse Sicht auf das Leben gibt. Bin ich ängstlich gestimmt? Bin ich hoffnungsvoll gestimmt? Das hängt sehr viel zusammen mit der Endzeitphilosophie, die ein Mensch hat. Oder Escapism, Eskapismus, gibt es das Wort? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Es gibt es das Wort. Also, ich will die Welt, lass uns nur die Welt verlassen. Ich kenne das, weil ich habe das früher selbst gedacht. Wir leben nicht mehr lange da, bald hauen wir von ihr ab und die Welt soll sich zum Teufel scheren. Nehmen wir nachher einen Kredit darauf, ja, müssen wir nicht mehr zurückzahlen. Also, da ist schon sehr viel Gefahr drinnen, wenn man die falsche Endzeitphilosophie hat. Aber, lieber Karim, wir wollen nicht dogmatisch sein. Wir wollen die Endzeit, Ansicht, Theorie etc., wie man das nennen will, nicht in den Mittelpunkt rücken, weil es gibt gute Christen auf allen Seiten. Und ein guter Christ ist jemand, der Jesus lieb hat, der Jesus vertraut, der, so wie alle Christen, die Hoffnung in Jesus alleine sieht, seine Wiederkunft, die definitiv noch aussteht, also die ultimative Wiederkunft. und neuer Himmel, neue Erde und die Ewigkeit bei ihm, das ist unsere Einheit. Da sind wir dogmatisch. Aber nicht, ist die Trübsalstahl sieben Jahre, dreieinhalb Jahre, war sie schon, die dreieinhalb Jahre vor der Zerstörung des Tempels und die dreieinhalb Jahre nachher. Ich könnte dafür argumentieren, dass das auch sieben Jahre waren, rundherum um dieses Event, 70 nach Christus, waren ungefähr sieben Jahre. also das ist meine Ansicht. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt, alles ist schon passiert. Nein. Es gibt Dinge, die sind alle schon passiert, aber es gibt auch Dinge, die sind noch ausständig. Und das ist das zweite Kommen Jesu, das jüngste Gericht und die neue Schöpfung. Danke schon einmal für die Introduction in das Thema. Also du hast jetzt sehr viele Sachen angesprochen, die wir auch chronologisch abarbeiten können eigentlich. Was für mich da im Zentrum steht, ist jetzt, Endzeit ist normalerweise immer mit einer Art von Prophetie verbunden, oder? Also die, was wäre jetzt zum Beispiel die erste Prophetie, die eine Art der Endzeit verkündigt hat? Ja, die Worte Jesu. Also im Neuen Testament. Im Alten Testament, wenn man da beginnt. Die erste Prophetie. Also ich denke, da fällt mir jetzt kein spezifischer Wehrsein, aber die ganze Schrift, das ganze Alte Testament, so wie das Neue Testament, die Worte Jesu, haben alle ganz stark beinhaltet eine Endzeitlehre. Nur die Frage ist, was ist Endzeit? Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen. Und ich glaube, das steht für mich im Mittelpunkt. Weil wir über die Dispensationalisten gesprochen haben, die glauben, das Reich Gottes ist noch nicht hier. Die glauben, jetzt ist das Kirchenzeitalter oder Gemeindezeitalter und das Reich Gottes kommt dann plötzlich in einem Augenblick, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt das Reich Gottes. Aber was hat Johannes der Täufer gesagt? Das Reich Gottes steht unmittelbar bevor. Was hat Jesus gesagt in Lukas 17? Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und auch im Alten Testament, ob man jetzt Jesaja liest oder Hesekiel liest oder Daniel liest, beschäftigen sich mit den Reichen, mit den, nicht den Geldigen, sondern den Reichen der Welt und dem Königreich Gottes. Und das fällt alles mehr oder weniger in die Endzeitschiene, denn das letzte, ultimative Königreich ist das Reich Gottes, ist das Reich Jesu Christi mit ihm als König aller Könige. Und ich sehe das überall drinnen, dass Endzeit da ist, aber nicht in diesem Weltuntergangs-Ton, sondern in einem hoffnungsvollen Ton. Ich bin voller Hoffnung, wenn ich an Endzeit denke. War früher nicht so. Und gibt es jetzt einen prozentuellen Anteil nur ungefähr an Prophetien, die jetzt schon erfüllt worden sind? Beziehungsweise wie viele dieser Prophetien stehen uns jetzt noch offen? Also was wäre deiner Ansicht nach noch nicht eingetreten, auf was warten die Christen jetzt noch? Ja, die Christen warten auf eine, viele Christen warten auf eine Entrückung. Und da bitte noch einmal dieses Video anzuschauen über die Entrückung, was wir gehalten haben. Ich bin nicht Anti-Entrückung, ich glaube an eine Art Entrückung, aber mit dem Ziel, Jesus zu treffen und auf die Erde zu kommen. Nicht mit dem Ziel, weg von hier zu sein. Das ist ein großer Unterschied in der Mentalität. Die Mentalität der Escapists ist, die Entrückung kommt und Gott sei Dank sind wir endlich weg von diesem Sauhaufen oder was auch immer. Aber wir haben eine andere Hoffnung, der König kommt, wir treffen ihn außerhalb unseres Bereiches, so wie es die Philippa getan hätten in Philippi, die römische Stadt, die römische Kolonie Philippi, wenn der Kaiser gekommen wäre, hätten sie sich circa einen Kilometer, ein, zwei Kilometer außerhalb der Stadt, hätten sie sich niedergelassen, um ihn zu erwarten und ihn dann in die Stadt zu eskorten. und das ist ein ganz klares Bild, was wir sehen in 1. Thessalonicher 4, aber keine Fluchtgeschichte, sondern eine, Jesus kommt und wir dürfen ihn begleiten bei seinem Kommen und das jüngste Gericht und die Auferstehung der Toten. Das warten wir noch, aber die meisten Dinge, ich glaube, dass die meisten Prophetien bereits passiert sind. alles rund um den ersten Advent Christi, das erste Kommen, seine Geburt, die Ortschaft seines Geburtes, seine Abstammung, die Flucht nach Ägypten, der Kindermord von Herodes, alles vorausgesagt. Die Worte am Kreuz, alles vorausgesagt und wenn man das alte Testament liest, mit prophetischen Blick sieht man diese Dinge beim ersten Kommen Jesu zum Großteil erfüllt. Okay, das heißt, kurz gefasst, die meisten Christen warten auf die Wiederkunft Jesu. Ich glaube, das haben alle Christen gemeinsam. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagen kann, in einer gewissen Weise ist er schon gekommen, weil Gericht hat stattgefunden, zum Beispiel 70 nach Christus. Aber sein Wiederkommen, sein letztendliches Wiederkommen, um alles neu zu machen, das steht offensichtlich noch aus, logischerweise, aus meiner Sicht zumindest. Und ich glaube, das erwarten alle Christen, dass Jesus wiederkommt und alles neu macht. Und jetzt hast du schon erwähnt, diese Erwartung irgendwie, die man natürlich auch, wenn man jetzt Matthäus 24 oder Lukas 21 oder Markus 13 liest, die man auch in diesen Versen irgendwo liest, dass man sagt, der Knecht muss voller Erwartung auf seinen Herrn warten und nicht eine Party feiern mit den anderen, sondern bereit sein. Und die Frage ist jetzt, da haben wir jetzt ein historisches Event hineingewoben mit 70 nach Christus, aber ist da auch irgendeine Art der Symbolik drinnen, die natürlich auf die Endzeit trifft, oder? Also wenn man sagt, dieses Warten in Erwartung sein und nicht hoffen, dass es eh nicht in meiner Zeit passiert, sondern schon wissen, es könnte jederzeit treffen, es könnte jederzeit passieren. Also die Aussage und die Bedeutung derer ist dieselbe. Natürlich, bereit zu sein hat Jesus auch angesprochen. Er hat auch gesagt, es wird sein wie zu den Tagen Noahs. Was aber nicht unbedingt bedeutet, dass eine Flut wird es nicht mehr geben, das wissen wir, das ist ausgeschlossen, das hat der Herr verheißen, aber was war in den Tagen Noahs? Es war unerwartet. Die Leute waren nicht bereit dafür und Jesus ruft uns auf, bereit zu sein. Wie genau und was sich da alles genau abspielen wird, das wissen wir alle nicht. Da dürfen wir auch nicht dogmatisch sein. Nochmal, da dürfen wir nicht dogmatisch sein. Aber was du gerade gesagt hast, ist das Wichtigste von allem, bereit zu sein. Es ist auch egal, wie es genau kommt, wenn ich bereit bin, bin ich eh bereit und wenn ich nicht bereit bin, bin ich leider nicht bereit. Also die Bereitschaft übrigens, die wird auch angesprochen im nächsten Kapitel, Matthäus 25, von den fünf, vom Gleichnis der fünf törichten Jungfrauen und der fünf weisen Jungfrauen, die kein Öl für ihre Lampen hatten, die Törichten und die Weisen hatten Vorrat und die haben auf den Bräutigam gewartet und die fünf, die haben das Öl vergessen, ihre Lampen sind erloschen, sind dann Öl kaufen gegangen und genau während sie Öl kaufen gingen, waren die anderen fünf bereit und genau in der Zeit ist der Bräutigam gekommen. Das ist ein Gleichnis natürlich. Und Jesus sagt dann seid bereit. Ich glaube erst 13 oder 14 sagt er seid bereit. Es geht also, da gibt es nur einen Punkt im ganzen Gleichnis. Bereit oder nicht bereit. Und ich glaube, dass das viel wichtiger ist, der Glaube an Jesus, die Bereitschaft, das Feuer zu haben für ihn, ihn zu lieben von ganzem Herzen, als die Endzeit Theologie, die Eskatologie figured out zu haben, also kapiert zu haben, weil ich glaube, da tun wir alle nicht. Diese Unerklärlichkeit hat ja auch sehr viel mit Symbolik zu tun. Wenn man jetzt in die Offenbarung schaut, da wird ja sehr viel mit Symbolik gearbeitet, nicht eindeutigen Zuweisungen. Aber wenn man andere Prophetien, wie zum Beispiel Matthäus 24 hernimmt und dann die historischen Ereignisse da zusammen addiert, dann sieht man ganz klar, es gibt wirklich klare Prophetien, wie sie auch im Alten Testament aufgekommen sind, von historischen Ereignissen, die schon passiert sind. Die absolut schon erfüllt sind. Und dann symbolische Ereignisse, die wir jetzt noch nicht deuten können, weil sie abstrakter sind. Wobei sie natürlich auch im historischen Kontext gegeben sind. Wenn man das Mahlzeichen des Biestes hernimmt, 666, das hat ja auch historischen Hintergrund, aber hat trotzdem ein symbolisches Element, oder nicht? Hast du gewusst, dass der Spitzname von Nero Biest war? Bestie? Ja, weil es dieselbe numerologische... Ja, es war auch sein Spitzname. Achso, okay. Ja, wirklich, er war bekannt als Bestie, also aufgrund seiner Bosheit, seiner unglaublichen Verkommenheit. der wurde, es war wirklich so, dass der damals als Bestie, als Biest, als Tier bekannt war. Aber um zurückzukommen auf die Prophezeiungen, Matthäus 24, noch einmal, ich will betonen, ich glaube, dass sich das wirklich in dieser Generation erfüllt hat, und zwar innerhalb von 40 Jahren, durch die Zerstörung des Tempels und Jerusalem, und wenn die Leute das studieren würden, ich habe auch lange gebraucht, das wirklich mir durchzulesen, nicht alles, aber vieles durchzulesen und zu studieren, was da passiert ist, da kommen dir die Tränen, was da abgelaufen ist. Nur, wenn man das nicht weiß, wenn man die Geschichte nicht kennt, dann, wie soll man wissen, dass da was passiert ist, dann projiziert man alles auf irgendein zukünftiges Ereignis, aber das Problem ist, jetzt haben wir 2023, wo ist es, aber im Jesaja zum Beispiel, gibt es mehrere Prophetien, die erfüllt wurden, an Babylon zum Beispiel, an Tyrus zum Beispiel, und da ist auch geredet worden in einer symbolischen Sprache, das alles ins Wanken kommt, die Sterne vom Himmel fallen und so weiter, wenn man davon redet, Sterne fallen vom Himmel oder eben, wie sagt man dazu kosmische Ungleichgewicht oder das ist natürlich nicht in dem Sinne wörtlich zu verstehen, dass man sagt, okay, da fällt ein Stern vom Himmel, da kommen Gewalten und Mächte ins Wanken, das ist der Punkt und da machen viele Christen wieder den Fehler, Entschuldigung, bei den Zahlen zum Beispiel, dass sie alles wörtlich nehmen, aber wir wissen doch aus vielen anderen Dingen, es gibt die sieben Geister, da sind nicht sieben heilige Geister gemeint, da ist der heilige Geist in seiner Fülle gemeint, oder die drei, aber sie machen dann überall die Mathematik, 144.000, 1.000, 12, aber viele dieser Dinge sind symbolisch, 10 bedeutet eine kurze Zeit, 1.000 bedeutet eine ganz lange Zeit zum Beispiel und wenn man zum Beispiel Jesaja liest, sieht man einige Dinge, die prophezeit worden sind, auch in sehr symbolischer Sprache und es hat sich dann aber erfüllt in Babylon, am Untergang von Babylon und am Untergang von Tyrus, die Mächte kamen ins Wanken, die Gewalten kamen ins Wanken und genau das ist passiert, was Jesus gesagt hat und mich fasziniert, dass es so ziemlich genau 40 Jahre waren, das heißt, Gott hat es so lange wie möglich rausgezogen, dass es noch in dieser Generation, also es hätte ja noch vier Tagen sein können, vier Jahren sein können, es hat wirklich von 30 nach 40, genau diese Generation, genau diese 40 Jahre und da 40 Jahre und da haben Menschen gelebt, die Jesus damals angesprochen hat. Johannes hat noch gelebt zum Beispiel. Jesus hat echte Menschen in seiner Rede angesprochen, einige von euch werden noch erleben, einige werden von euch noch nicht gestorben sein und das kann nicht bedeuten, dass es nächste Woche ist, weil das, da würde ich nicht sagen, einige von euch werden das noch erleben, nächste Woche, Sondern es muss schon einige Zeit sein, wo viele werden schon gestorben sein, aber einige noch nicht, das macht so wunderbar Sinn und es deckt sich mit den Prophezeiungen von Jesaja und wichtig, genau das wollte ich noch sagen, wo wir den Fehler machen auch, glaube ich, ich habe übrigens all diese Fehler gemacht, darum kann ich so offen drüber reden, ich habe das alles mit der Muttermilch bekommen, diesen ganzen Dispensationalismus und die Entrückung und endlich sind wir weg und wir brauchen uns nichts mehr so viel scheren, scheren darum, diese Erde ist eh nicht wichtig, weil es eh bald weg und so weiter, habe das mit der Muttermilch inhaliert, ja, ein anderer Fehler ist, die Diskussion, nimmt man die Bibel wörtlich oder nicht, was für eine Frage, natürlich nehmen wir sie wörtlich, nur man muss das Genre des bestimmten Buches oder des bestimmten Abschnittes oder Kapitels begreifen, die Bibel ist voll von Erzählung, Erzählung nehme ich Wort für Wort, wie wenn ich die Zeitung lese, aber es gibt auch Gedicht, die Bibel ist voll von Poesie, wie liest man Poesie, das weißt du besser als ich, Poesie liest man auch wörtlich, aber anders, oder? Größerer Horizont Anders halt, ist ein anderes Genre und die Bibel ist voll von Poesie und voll von apokalyptischer Literatur mit Symbolen, das ist ja nichts Ungewöhnliches, für die Leute damals im ersten Jahr war nichts Ungewöhnliches, die haben das verstanden und die haben garantiert die Offenbarung als ein Buch gesehen, was ihre Zeit damals angesprochen hat, hat sie und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, dass alles schon passiert ist und ich glaube, da gibt es nur sehr wenig, es gibt solche Christen, die glauben, dass alles schon erfüllt ist. Wie nennt man das? Präteristen, glaube ich. Präteristen. Präteristen, die glauben, dass alles schon passiert ist. Dann gibt es eben die Dispensationalisten, die glauben, dass noch alles kommen wird. Also alles, was Endzeit betrifft, ist noch ausständig, weil wir sind im Kirchenzeitalter und das Kirchenzeitalter endet mit der Entrückung. Okay, aber auch die Prophetien im Alten Testament, wenn man jetzt Jesaja hernimmt und so, wo es eindeutige historische Ereignisse gibt, die darauf zurückzuführen sind, denken die, das kommt auch noch? Alle Prophetien im Alten Testament auch? Oder ist das eher auf das, was Jesus gesagt hat? Eher das, was die Endzeit, also auf Jesus und sein letztendliches Reich zu tun hat. Ich meine, Daniel zum Beispiel hat ja Kapitel 9, was ja sehr stark interpretiert wird in eine Zeit, die noch nicht gewesen sein soll, also die noch kommen wird. Ich würde sagen, ich sehe das anders mittlerweile, dass auch diese 70. Woche von Daniel, Kapitel 9, bereits gewesen ist und das Zeitalter der Juden damals, 70 nach Christus, geendet ist, aber dass auch die Juden immer noch im Plan Gottes inkludiert sind. Und du sprichst da was ganz Interessantes an, weil es gibt jetzt auch in theologischen Kreisen die Theorie der zwei Endzeiten, also die Endzeit des jüdischen Volkes, die mit 70 nach Christus eintrifft und dann die Endzeit der anderen Völker mehr oder weniger. Beziehen sich vielleicht viele Prophetien auf das Ende des jüdischen Volkes, wobei es nicht wirklich das Ende ist, sondern eigentlich das erste Gericht dann? Also ich glaube, das jüdische Zeitalter ist mit 70 nach Christus geendet. Und die Juden gibt es natürlich immer noch und die Juden brauchen den Erlöser genauso wie wir. Also jeder von uns braucht einen Erlöser und ich glaube nicht, dass Gott zwei verschiedene Pläne hat. Einen für die Heiden und einen für die Juden. Ich glaube, dass es einen einzigen Plan gibt und der ist in Jesus Christus. Dass quasi die an Jesus gläubigen Menschen, die Juden, die Nichtjuden, alle Völker der Welt sind quasi das neue Israel, das Reich Gottes. Aber ganz spannend ist, die Juden sind gewaltig, die sind überall auf der Welt. Und es hat der Staat Israel 1948, am 14. Mai 1948 wieder gegründet. Und sie sehnen den dritten Tempel herbei. Also den wieder auch bei der Tempel. Ob der passiert oder nicht, ist eine andere Frage. ist auch nicht notwendig für uns als Christen ist es nicht notwendig, dass der dritte Tempel gebaut wird. Das ist nicht notwendig für Jesus wieder zu kommen. Wir sind der Tempel. Aber es gibt Christen, die sehen die Endzeit so, es muss zuerst, dort wo der Felsentom ist, wo wir waren, dort muss zuerst ein Tempel stehen, damit der Antichrist offenbar werden kann, diese mysteriöse Person Antichrist und dann erst, wenn das alles ist, kann Jesus wieder kommen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir sind der Tempel und ob jetzt der dritte Tempel kommt oder nicht, ist für uns irrelevant. Aber der größte Beweis, wir haben schon ein paar Mal diskutiert über die größten Beweise für das Christentum und die Gottheit Jesu, einer der aller 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 größten Beweise für das Christentum sind die Juden. Das Volk, das ausgesendet wird. Und sie sind immer noch da, sie gehen nicht weg. Sie gehen nicht weg, sie reden immer noch von let's meet in Jerusalem, let's go to Jerusalem, hey, next year in Jerusalem, ich meine, du hast ägyptische Vorfahren, du sagst nie, let's see each other in Cairo oder deine Mutter ist türkisch, let's see each other in Ankara, aber oder die Christi ist irisch, Abstammung, die sagt nie, let's see each other in Dublin, aber die Juden sind ein Wunder, das ist Gottes Volk aus dem Alten Testament, aber in Jesus werden wir eins. Ich glaube nicht, und auch das glauben manche Christen, dass quasi einen zweigleisigen Erlösungs- oder Heilsplan gibt, einen für die Heiden, einen für die Juden, nein, ich glaube, das ist ein Volk und ein Reich und ein Erlösungsplan in Jesus Christus und aber die Juden sind für mich ein ganz großer Beweis für die Richtigkeit unseres Glaubens und die Wahrhaftigkeit unseres Glaubens. Ein weiterer. Würdest du jetzt sagen, dass die Gründung des israelischen Staates 1948 Prophetien aus der Bibel erfüllt hat? Das ist eine sehr, sehr interessante und spannende Frage und da sind ja, da ist man sich auch nicht einig unter Christen, das ist strittig. Viele Christen würden jetzt sagen ja oder die meisten Christen vielleicht würden sagen ja. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mir da nicht mehr so sicher, ich weiß es nicht, bin aber offen, wenn mir das jemand zeigt oder wirklich sagt, hey, da steht es geschrieben, glaubst, also ich glaube, ich liebe die Bibel, wenn man mich überzeugen kann anhand der Bibel, hey, dann bin ich der stärkste Gläubige überhaupt, whatever it is, aber es ist ein Thema, da brauchen wir glaube ich jetzt nicht, auch nicht dogmatisch sein, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Wie könnte man jetzt die Endzeit der Juden von der Einzeit der Christen unterscheiden? Du stellst mir heute schon sehr, 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 harte Fragen, nein, mir gefallen die Fragen sehr, die du mir stellst, also erstens einmal, glauben Juden und Christen an denselben Gott? Saulus von Tassus hat vorher an den gleichen Gott geglaubt wie nachher, nur hat er heute an Jesus kennengelernt, ja, weil sie anhand der Prophetien in der Tora, im alten, also in unserem alten Testament, in der hebräischen Bibel, das sehen, dass es einen Messias geben wird, auf den sie noch warten, offensichtlich, und einen neuen Tempel geben wird, ich glaube, das hat alles damit zu tun, du warst ja mit uns auch an der Klagemauer, an der Western Wall, ja, ich glaube, das hängt alles, ihre ganze Hoffnung, es ist auf dieses Grundstück irgendwie fokussiert und auf den Messias und auf den neuen Tempel und auf die Gemeinschaft mit Gott, weil der Tempel ist, wo Gott ist, wir sind auch Tempel, Tempel Gottes durch Jesus und das ist ganz tief in ihrer DNA, dass sie teure Hoffnung haben. Die Juden glauben an das Kommen des Messias, dass das noch aussteht und für sie ist sozusagen das Kommen des Messias gleichgesetzt mit der Endzeit. Er kommt und alles ist in Ordnung. Und warum können wir davon ausgehen, dass das so ist? Weil die Jünger Jesu waren ja auch Juden und das habe ich auch immer schon wieder mal in den Predigten gesagt, was haben sie erwartet? Sie haben erwartet, dass Jesus irgendwann einmal seinen Rabbi Anzug ablegt und sein Königs Gewand umhängt und sich zum König erklärt, zum König deklariert und die römische Besatzung weg ist. Also der Sieg militärisch sozusagen kommt. Das haben sie erwartet. Darum war für sie die Kreuzigung so ein Desaster, so eine unglaubliche Niederlage, eine unfassbare Ernüchterung und Niederlage für sie. Sie haben das nicht verstanden, weil für sie war der Messias, der Messias ist jetzt da und der befreit uns von den Römern, der befreit uns von der Besatzung, der macht jetzt hier und jetzt einmal alles neu. Keine Rede vom Zweiten Kommen, keine Rede von einer Wiederkunft und ich denke, das ist das, was die Juden heute, bin mir ziemlich sicher, dass das ist, was die Juden heute immer noch glauben, der Messias wird kommen und alles richten. Und das sehen wir ja auch in der Offenbarung 5, als Johannes, diese Vision hat im Himmel, hört er von einem Löwen, aber wenn er dann hinschaut, sieht er ein Lamm. Das Lamm spricht von der Kreuzigung, vom Blut Jesu, vergossen für unsere Sünden, auf Golgotha, am Kreuz. Der Löwe spricht vom Herrscher, vom König, vielleicht auch von militärischer Macht. Also das, was sie erwartet haben, die Jünger, war nicht ein Kreuzestod, sondern ein Sieg eines Königs, des Messias über das Römische Reich, über das Reich, was damals regiert hat. Und das ist das, was die Juden glauben. Der Messias wird kommen und alles wird gerichtet sein. Und so ist diese eine Wiederkunft schon auch mit Gewalt verbunden, auch wie man es in Armageddon sieht. Jesus oder der Messias kämpft gegen die Dämonen und es ist nicht das Schwert aus seinem Munde, das mit Worten richtet, sondern mehr militärisch, wie du gerade gesagt hast. Und da wäre schon die Frage, wogegen kämpft der Messias oder Jesus bei den Christen? Dieser Antichrist, der kommt ja nur im Neuen Testament vor, ich glaube viermal wird er erwähnt. Dreimal im ersten Johannesbrief und einmal im zweiten oder dritten Johannesbrief. Und wie kann man sich den vorstellen, ist das überhaupt eine Person? Ich meine, du schneidest es in deiner Lektion über den Antichristen an, also in deiner kurzen Serie, die du damals gemacht hast. Deine Frage zuerst war ja, ob ich glaube, dass die Juden einen militärischen Messias erwarten. Genau. Das weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß nur, sie erwarten einen Messias und der macht es dann. Wie sie sich das genau vorstellen, kann ich dir nicht sagen. Aus christlicher Sicht sage ich, wir erwarten ich erwarte nicht ein blutiges Schlachtfeld, wo Leute abgemetzelt werden. Ich erwarte ein Gericht, selbstverständlich. Ich erwarte, dass der Messias, also Jesus wiederkommt und alles richten wird. Ich erwarte, dass sein Wort die Wahrheit von der Lüge trennt, dass er hier sein Reich aufbaut. und natürlich seine Gegner werden besiegt sein und werden überwunden sein. Aber ich sehe da jetzt nicht ein großes Blutbad. Die Details kenne ich leider auch nicht. Niemand von uns. Jesus kommt wieder, dem Schwert aus seinem Munde. Das Schwert ist immer ein Symbol für das Wort. Der Mund Jesu ist auch ganz klar die Connection. Ich bin das Wort. Ganz logisch. Der Antichrist ist, da gibt es so viele verschiedene Meinungen dazu. Manche erwarten einen Antichristen. Die meisten sind sich einig, dass es ein Mann sein wird. Interessanterweise da ist der Feminismus nicht so arg groß. Der Antichrist wird ein Mann sein. Ein Mann ist die Betonung. Zum Beispiel die Dispensationalisten glauben, es wird ein Antichrist kommen. Manche sagen, der ist schon geboren. Wir wissen nicht, wo er ist genau. Manche haben sich auch immer wieder darin geübt, ihn zu benennen. Egal, ob es Hitler war oder manche sind auch auf komische Sachen gekommen wie Ronald Reagan oder für mich nicht nachvollziehbar war von 666. Manche glauben auch, es ist das Internet www, weil das ist der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet. Aber Faktum ist, als Johannes seine Briefe schrieb im ersten Jahrhundert, sagte er, es gibt schon viele Antichristen, sie sind schon da. Er sagt auch gegen Christus. Die Frage ist, wird es eine Person sein, die noch aussteht? Sind es mehrere Personen, die schon da gewesen sind, mit einem Höhepunkt oder ist es ein System, ein antichristliches System? Da gehen die Meinungen auseinander. Ich tendiere eher dazu, dass der Antichrist in dieser Welt ist. Anti bedeutet ja im Griechischen zum einen gegen, aber zum anderen auch stattdessen. Anstelle von. Anstelle von. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben viele Dinge, die sind gegen Christus heute, also anti, gegen. Es gibt aber auch viele, die sind, die werden versucht, anstelle von Christus aufzutreten. Also haben wir überall heute. Und ich möchte jetzt ein bisschen noch zum Abschluss auf die heutige Zeit eingehen. Eine Welt, wo wir so rasante Veränderungen haben, die letzten Jahrzehnte, im letzten Jahrhundert, technologischen Fortschritt, wenn man das Fortschritt nennen will und sehr stark auch gesellschaftliche Entwicklungen, die sich eben von christlichen Werten eher abwendet und wo viele Leute eher schlecht auf Religion allgemein zu sprechen sind. Das wäre meine absolute Frage, ist es grundsätzlich falsch, jetzt schon von einer Art von Endzeit zu reden? Nein, überhaupt nicht. Also wir sind in der Endzeit, wir sind eigentlich seit Jesus in der Endzeit, also Jesus ist, egal wie man es sieht, das glauben sogar die, die im Dispensationalismus sind, die das Kirchenzeitalter sehen, die alles noch in der Zukunft sehen, die Endzeit hat eigentlich mit Jesus begonnen, mit dem ersten Kommen Jesu, auf dieser Erde begonnen. Nein, also um deine Frage zu beantworten, wir können über die Endzeit reden, nur es haben auch vor 50 Jahren die Christen über die Endzeit geredet und vor 150 Jahren auch. Und lieber Karim, die Versuchung ist riesig und dass man sich ihn jetzt herbeisehnt. Darum hat jeder Generation immer geglaubt, wir sind jetzt die Generation, wo er kommt. Das ist nachvollziehbar, dass in der Corona-Zeit zum Beispiel wieder Leute mehr Endzeit-Videos geguckt haben und mehr Endzeit-Predigten gepredigt haben und so weiter. Aber die Endzeit ist ja, wir sind natürlich in der Endzeit, aber wir wissen, wir haben kein Datum, wir haben keine genaue, wir wissen nicht genau, wann es sein wird. Was man natürlich sagen muss, ist, es gibt Fortschritte in der Technologie, die hat es so noch nie gegeben. Bosheit hat es zum Beispiel immer schon gegeben. Also man kann nicht sagen, wir leben in der bösesten Zeit aller Zeiten. Was manche Christen gerne tun, so schlimm wie heute war es noch nie, es geht nur mehr das stimmt einfach nicht. Also ich habe mal gelesen, im 18. oder 19. Jahrhundert, in den 1800en in Amerika, da war Mord und Totschlag an der Tagesordnung und es hat auch schon Zeiten gegeben, da war die Prostitution verhältnismäßig noch extremer wie heute zum Beispiel oder Sklaverei. Also wenn man jemand sagt, hey, Jesus muss bald wiederkommen, weil so böse wie heute war es noch nie, dem würde ich widersprechen. Haben wir heute mehr Erkenntnis oder mehr Wissen, wir haben ja weniger Weisheit, ehrlich gesagt. also die Weisheit die lässt zu Wünschen übrig. Würde ja davon ausgehen, dass Weisheit mehr wird mit Erfahrung und mit der Zeit. Aber es gibt mehr Wissen, mehr Erkenntnis, schneller, quicker, Reisen hat sich unglaublich entwickelt, in den letzten 40 Jahren alleine. Ich kann mich erinnern, wie ich erst nach Amerika geflogen bin, 1980, haben meine Schulkollegen und Kolleginnen und meine Mitschüler mich angeschaut, was, ihr fliegt nach Amerika, wir fahren nach Jesolo. Allein das, und heute ist es ein Katzensprung, diese Entwicklung und in den 60er Jahren war es noch nicht einmal Standard über den Atlantik zu fliegen. Heute fliegt deine Freundin, oder gestern, ich fliege in ein paar Tage. Ja, also diese Entwicklungen sind rasant und von dem her könnte man schon ableiten, okay, das könnte ein Signal, das könnte ein Zeichen sein. Die Bosheit, die überzeugt mich nicht, weil Böser gab es immer schon. Aber die Entwicklungen, auch die Fortbewegung vom Pferd und Wagen zu heute, also über Autos, also was es heute alles gibt und was es in zehn Jahren geben wird, Space Travel, das ist unsagbar, das ist unglaublich. der Kern des Gedankens ist ja nicht unbedingt, dass die Bosheit zunimmt, sondern die Möglichkeit für die Bösen wirklich katastrophalen Schaden in der Welt anzurichten, ohne jetzt überhaupt viel Mittel zu besitzen. Wenn sich Dinge etablieren, die einfach zugänglich sind, wie man es zum Beispiel bei Artificial Intelligence oder solchen Sachen sieht, was könnte das dann für Auswirkungen haben. Ist es deiner Meinung nach schon nachvollziehbar, dass jetzt mehr Leute aufschreien und sagen, dadurch, dass jetzt so rasante Veränderungen stattfindet, jetzt auch die letzten 100, 150 Jahre, dass das darauf hindeutet, dass wir Jesus vielleicht ersetzen durch Dinge, die wir schaffen. Wir ersetzen Jesus sicher. Die Menschheit ersetzt Jesus sicher durch ihre Dinge. Das ist für mich kristall klar. Und ich glaube auch, dass er bald kommen kann, aber ich glaube nicht, dass man das spekulieren soll. Ich gehe wieder zurück zu dem Punkt, sei bereit, lebe bereit. Und wir haben eine Endzeitkrise, weil wir müssen einmal erklären, warum ist das nicht eingetroffen, was mir als junger Buur gesagt wurde. Es kommt bei die Entrückung und die steht vor der Haustür, so habe ich das in der Highschool in Amerika, in der Private School gelernt. Dann habe ich noch was gelernt, auch sehr. Ich komme bald und in dieser Generation. Also alles was Jesus gesagt hat, hat zeitliche Indicators. Er spricht von Zeit. Aber wir vergessen, dass Jesus geredet hat und die Jünger oder die Apostel geschrieben haben zu Menschen damals. Er hat eine Audienz gehabt, er hat nicht so gleich gesprochen, die 2000 Jahre später leben. Kann natürlich einiges bedeuten für uns 2000 Jahre später und tut es auch, aber geredet hat er mit Leuten, die damals da waren. In dieser Generation, ich komme bald und so weiter. Und dann gibt es natürlich, man kann das jetzt geistlich deuten, was ich auch gelernt habe als junger Buhr. ein Tag sagt, der Petrusbrief ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag und dann habe ich diese Theorie gehört. Adam war 4000 vor Christus, Abraham 2000 vor Christus, Christus 2000 Jahre später, jetzt haben wir wieder 2000 Jahre, das sind genau 6000 Jahre bis zum Jahr 2000. Ich habe in den 80er und 90er Jahren gelernt, gehört, nicht in manchen Endzeitspekulationen gehört, wir sind kurz vor dem Anbeginn des siebten Tages. Ich glaube, du weißt, wo ich jetzt hin will. Und wenn der sechste Tag vorbei ist, kommt Jesus wieder. Ich schuf die Welt in sechs Tagen, siebte Tag ist der Sabbat. 1000 Jahre ist ein Tag, 6000 Jahre sind sechs Tage, also sind wir schon 23 Jahre mitten im siebten Tag, wo ist er? Und daher haben wir eine Endzeitkrise, würde ich einmal sagen, weil Corona hat es wieder nicht gebracht, zum Beispiel. Also haben wir eine Endzeitkrise und ich habe für mich so einen Frieden und eine Erkenntnis gewonnen durch die Geschichte mit dem Hebräerbrief, zum einen der die Christen davon bewahren wollte, dass sie zum Tempel wieder gingen, also der Tempel hat noch gestanden, Jesus sagt, dieser Tempel wird kein Stein da sein, einige werden noch leben, wann das passiert. Flüchtet sind die Berge. Genau, und weißt du was, die Juden sind in die Stadt geflohen und die Christen haben genau das getan, was Jesus gesagt haben, sie in die Berge geflohen. Deshalb sind die meisten Juden gestorben. Genau, und das ist auch historisch eines der, also das ganze rundherum um 70 nach Christus ist, wir wissen, wir wissen das Jahr, das Datum, das ist sowas von geschichtlich dokumentiert und ich glaube da in diesem Ereignis stecken viele Antworten. Das heißt nicht, dass alles schon passiert ist, aber es heißt, dass vieles bereits passiert ist, dass das Zeitalter der Juden geendet hat und das Zeitalter der Heiden begonnen hat und zwar meiner Meinung nach 70 nach Christus und daher warten wir, wir warten auf Jesu Wiederkunft, aber wir haben jetzt da keinen Stress mit einem Datum, weil die Kritiker des Christentums, die sagen, naja, das kann alles nicht stimmen, er ist ja immer noch nicht ja, wenn man nicht weiß, was Sache ist, dann schwierig. Schwierig. Noch abschließend, was wären deine Worte an Christen, die sich sehr stark mit dieser Thematik auseinandersetzen und vielleicht sehr viele dogmatische Dinge mitbekommen und sich in vielleicht manchen Endzeit Theorien irgendwie verlieren? Verlieren ist ein gutes Wort. Es gibt viele, die sich da drin verlieren, aber auch Leute hier in der Oase haben wir Leute, die mir zugegeben haben, ich war junger Christ, frisch bekehrt, extrem leidenschaftlich, extrem extrem, extrem dogmatisch, das ist in der Natur der Sache, wenn man neu ist, wenn man jung im Glauben ist. Muss nicht sein, aber manche tendieren in diese Richtung und dann zieht man sich natürlich jedes Video rein. Und auch Verschwörungstheorien und alles, was damit zu tun hat. Ich habe vor kurzem wieder gehört, dass Putin der Antichrist ist. Einer ist er vielleicht. Vielleicht ist er einer, aber es gibt sicher einige, die vielleicht noch schlimmer sind, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch der in der Ukraine einer, ich weiß es, wir wissen es nicht. Aber Heilige sind das alle nicht. weder auf der Seite noch auf der Seite, so sehe ich es. Aber dogmatisch zu sein in der Endzeit ist ein Fehler, weil ganz ehrlich, ich studiere das jetzt seit 40 Jahren, über 40 Jahren, also na, Blödsinn, 35 Jahren, seit dem 17. 18. Lebensjahr, seit ich in die Highschool gekommen bin, bin ich mit dem konfrontiert und wissen tue ich es immer noch nicht. Es ist, für mich gibt es Dinge, die sind sehr unvernünftig und klingen komplett bizarr und manche Dinge sind sehr nachvollziehbar und ich glaube, da muss man es auch belassen und wir müssen auf Jesus schauen und bitte nicht so sein, wie mancher sagt, okay, ich höre auf den gar nicht mehr, weil der hat eine andere Endzeit Meinung. Das wäre der größte Fehler, denn ich höre mir auch Menschen an, die in der Endzeit andere Dinge glauben als ich oder die vielleicht sogar C.S. Lewis ist ein super Autor, der glaubt an ein Fegefeuer. Glaube ich nicht, aber trotzdem super Typ der C.S. Lewis gewesen. Wir müssen vorsichtig sein, wo wir dogmatisch sind und wo nicht. Einen Glauben wie die Zeugen Jehovas und die Mammonen haben wir natürlich nicht und dem können wir auch nicht zuhören, denn vielleicht um uns zu informieren, aber das ist ein anderer Jesus, das ist nicht der Sohn Gottes im Sinne von Jesus ist Gott. Es gibt Dinge, die sind wichtig. Da haben wir gerade eine Serie laufen, die heißt Wann ist ein Christ Abschließend will ich sagen, wir werden im September wahrscheinlich ein Seminar oder eine Serie am Mittwoch machen, die heißt Endzeitkrise und da werden wir sehr viel auch reden über 70 nach Christus, über die Matthäus 24 Prophetie, einiges uns genau anschauen und einfach mal einen anderen Blick bringen auf das, was wir im Wort Gottes finden. Danke dir vielmals für das Gespräch und für den Rat und ich hoffe wir können uns bald wieder entweder über das Thema oder über naheliegend Themen unterhalten. Es macht mir immer sehr viel Freude und ich habe das Gefühl wir können da einiges mit nach draußen tragen. Danke dir. Vor allem sehr, danke Karin. Ihr habt es gehört, meine Freunde, ein Thema, das sehr viel Vernunft, aber auch Demut bedarf, denke ich und ja, wenn ihr noch Fragen habt bezüglich dieser Thematik, alles was sich um Endzeit dreht oder sonst was, könnt ihr es uns gerne in die Kommentare schreiben und uns aber auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr wollt unter oase-church-tv at gmail.com und ja, wir freuen uns auch über Themenvorschläge, neue Inputs, kontroverse Meinungen, vielleicht konträre Meinungen und wir sind euch sehr dankbar, dass ihr zuhört und wir freuen uns aufs nächste Mal. Das waren die Fragen der Menschheit. Ich bin so froh und auch so dankbar, dass du diese Botschaft bis zum Ende angeschaut hast. Ich hoffe, dass du viel Nutzen, viel Segen und viel Kraft für dein Leben und deine persönliche Beziehung zu Jesus Christus daraus ziehen konntest. Wenn du nichts mehr von uns verpassen möchtest, dann bitte abonniere unseren Kanal Oase Church und aktiviere auch die Glocke und mach ein Gefällt mir unter jedes Video und auch jeder Kommentar, den du hinterlässt, hilft uns extrem. Bitte mach das. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, dann geh einfach auf oasechurch.tv Schrägstrich geben. Wir sind so dankbar für jede Unterstützung und du sollst wissen, dass wir ohne deiner Unterstützung niemals so viel bewegen können, wie wir bewegen könnten. Bitte unterstütze uns, danke dafür. Es ist gewaltig, was wir bewegen können, wenn wir es gemeinsam tun. Möge unser Herr Jesus Christus mit dir sein, jeden Tag unseres Lebens. Wir haben Jahrhundert und bis Jahrhundert